Die Feldberger Seenlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Fernab vom Alltagstrubel liegt die Klinik am Haussee. Die Rehabilitationsklinik ist eine der wenigen Einrichtungen ihrer Art mit dem RAL-Gütezeichen Kompetenzrichtig-Essen, Spezifikation Speisenvielfalt und Diäten. Und das bereits seit 2004. Die Geschäftsführung wollte spitzsel den Ernährungsbereich freiwillig durch eine seriös anerkannte und neutrale Prüfeinrichtung zertifizieren lassen. Und da haben wir die Gütegemeinschaft RAL ausgewählt als die Prüfeinrichtung, von der wir auch am Gesundheitsmarkt hören, dass dort der größtmögliche Nutzen für ein Unternehmen herauskommt und vor allem auch natürlich für die Gäste und Patienten. Denn die wollen sich auf ehrliche und zuverlässige Betreuung verlassen. Und genau das garantiert das unabhängige Gütezeichen der RAL-Gütegemeinschaft. Für viele Reha-Patienten ist die richtige Ernährung ganz entscheidend für eine schnelle und vollständige Genesung. Deshalb lernen sie in der Klinik am Haussee in einer eigens eingerichteten Lehrküche gesunde und ausgewogene Gerichte selbst zuzubereiten. Durch die unabhängige Auszeichnung können sich die Patienten ganz sicher sein, dass bei der Verpflegung nur hochwertige Produkte von besonders geschultem Personal verarbeitet werden. Wir zeichnen uns aus durch hohe Qualität der einzelnen Lebensmittel. Alle unsere Speisen sind deklariert mit Inhaltsstoffen und Nährwertangaben, sodass jeder Patient informiert ist und sich immer sicher sein kann, zu 100 Prozent ernährungsphysiologisch auf der richtigen Seite zu sein. Für das Team der Klinik war der Weg zum RAL-Gütezeichen eine Herausforderung. Um die begehrte Kennzeichnung zu erhalten, galt es im Audit ca. 170 Fragen abzuarbeiten. Die Klinik hat hierfür im Bereich Ernährung viel investiert. Zusätzliches Personal wurde eingestellt, insbesondere Ökotrophologen und Diätassistenten und alle Mitarbeiter erhielten umfangreiche Schulungen. Mehr Kosten, die sich für das Unternehmen aber auszahlen. Durch die Anzahl natürlich unserer Patienten, die ganz bewusst in unsere Klinik nach Feldberg kommen, weil durch das RAL-Gütezeichen sie eine Verpflegung, eine gesunde Ernährung erwarten, die diesem RAL-Gütezeichen entspricht. So profitieren beide Seiten von den hohen Anforderungen der RAL-Gütesicherung. Seit der Anerkennung 2004 wurden die Bestimmungen turnusgemäß alle zwei Jahre überprüft und bestätigt. Um allen Anforderungen dauerhaft gerecht zu werden, leistet die Klinik aber auch weiterhin kontinuierlich mehr, als der Gesetzgeber verlangt. Moralisches Verhalten im Alltag. Hierbei kann die RAL-Gütesicherung bei Unternehmern und Verbrauchern für Orientierung sorgen.